Ich bin hier verabredet mit Herrn Weber von Gisander, also die Reservierung, glaube ich, müsste über Gisander gelaufen sein. Also, laut schriftstechnisch könnte man auch denken, Zander. Herr Weber ist noch nicht da. Ich darf dich zu Herrn Tisch führen. Oh mein Gott, das ist mein Chef. Ich hole einen Tisch. Das ist unumgänglich. Herr Weber sitzt immer da. Nein, aber bitte, 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 bitte. Sarah? Hi. Sie hier? Ja, ich habe hier ein Date. Das ist ja... Ich bin hier? Ich bin hier? Ich bin hier? Ich bin hier? Untertitelung des ZDF, 2020 Herr Gabler, sagten Sie nicht, Sie wollten Ihren Führerschein zurück? Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich allerseits. Mein Name ist Lutz Tase und ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen zu unserer Schulung hier am Montagmorgen im Büro. Wie ja schon bereits angedeutet, haben wir letzte Woche eine hervorragende Bilanz ziehen können. Über 500 verkaufte Staubsauger. Schöcker!